So, diesen Part bestreite ich wieder alleine. Ich hab meinen kleinen Bruder in die Hölle gejagt und... Nein, kleiner Scherz, er hat einfach keine Lust mehr gehabt. Er hat gesagt, Counter-Strike ist vielleicht ein bisschen mehr für ihn. Und ja, kann ich ein bisschen verstehen. Also dieses Spiel mag für geübte Leute im Multiplayer-Modus sehr lustig sein, aber für Laien, also gleichzeitig Jump'n'Runs mag manchmal cool sein, aber nicht bei solchen Stellen. Das ist echt... das ist dann echt ätzend. Boah, was? Machst du eh nicht nochmal. Wie der Mensch sich irren kann. Boah, wie er da rumtaumeln hört. Egal, soll mich nicht schocken. Wuh, WTF. Münzen, Münzen ist gut. Ich brauch jetzt eigentlich jede verdammte Münze. So, aber ich will nicht sagen, ähm, bis jetzt war hier Welt 4. War für mich bis jetzt am schwierigsten. Also mit den ganzen, äh, Lohen-Scheiß. Weil, äh... Ich kenn echt niemanden, der auf diese... Oh, what the... Ist doch gelacht. Ist das doch. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Check-Mein-Schwein. Wunderbar. Und kloppen wir. Natürlich. Ins Bonus-Level. Coolio. Die Dinger krieg ich, glaub ich, hin. So. Ah, so nicht. So, Leben ist gut. Das war scheiße. Das war auch nicht grad so gut. Da-da-da-da. Mambo, number 5. Da-da-da-da-da. Ha. Trotzdem noch rechtzeitig bekommen. Und in einem Flug das Pulse-Stückchen auch noch bekommen. Ehrlich? 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 Wow. Oh Gott. Wuh. Hey. Pussi, Pussi. Oh nein. Ohne Didi? Und wie ich das hasse. Aber es sind keine Luchen. Wie ich sowas liebe, wenn es keine Luchen sind. So. War doch gar nicht mal so schlecht, oder? So, jetzt müsste da vielleicht mal sowas wie ein Herz drin sein. Nein. Ein Haufen Bananen. Ein O. O. Ein O wie ein O. Ich bin tot. Schön. Egal, ich hatte hier mein Speicherschwein gehabt. Speicherschwein. Speicherschwein. Ja. Puh. Oh, an die Stelle schon wieder. Ich meine, ich habe sie zwar mit Braufu bestanden, gemeistert, aber wer sagt, dass ich das jetzt auch schon wieder schaffe? Oh mein Gott. Oh, es sieht viel schwieriger aus, als es eigentlich ist. Nur ich mag sowas nicht. Oh, ich verzieh mich da jetzt. Ihr könnt mich alle mal. Genau deswegen mag ich keine Natur. Weil ich Angst habe, dass sie mir irgendwas irgendwie ins Gesicht spritzen. Wow, 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 wow. Bescheuert oder was? Oh mein Gott, ich wäre da fast runtergefallen. Ja, Fledermaus, dachte ich mir. Ein Hippo. What the fuck? Donkey, willst du mich verarschen? Das war Klaus, Mann. Ey, ich kann bei dem blöden Hippo nicht nochmal jumpen. Ey, das ist ja mega uncool. Das ist richtig. Ey, ich wollte gar nicht kloppen. Ey, egal. Ich tue es fürs Leben und für die zwei Münzen. Die Bananen interessieren mich nicht, so. Ist mir doch egal. Affe. Okay. So, schnappt so. Jetzt kommt die Stelle, wo mein Herz jedes Mal stehen bleibt. Wow, ey. Uff. Zum Glück kann ich in der Luft einigermaßen gut abbremsen, hier mit Donkey. What the fuck? Boah, ey, ist doch nicht wahr, ey. Na, ich will mir jetzt erst nicht das Leben, ey. Ich hatte überhaupt keine Lust zu. Das Leben jetzt hier schaffen. Ups. So. Okay. Fuuu. Ich glaube, ich sollte so, äh, 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 dieses Spiel mal irgendwie Leute spielen lassen, die null Erfahrung mit Videospielen haben. Boah, ey. Ist egal, das Spiel ist immer noch besser als, äh, als Sonic, das auf jeden Fall, und besser als, äh, I Wanna Be The Guy, weil, äh, hohohoho, das war closed. Weil, 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 fucking Donkey Kong und so. So, so, los, äh, in the face. So, vielleicht soll ich einfach mal, nicht sofort, uff, genau, so wollte ich das haben. So, ist gut. So, geht das. Und ein Speicherschwein. Oh, wie du, das schläft. Hallo, aufwachen. Vielleicht einmal sanft ins Ohr pusten. Hahaha, es funktioniert. Oh, nein, ey. Wie gestört, wie gestört das Spiel ist. Oh, 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 oh. Da hätte ich mich noch retten können. Aber irgendwie, äh, hab ich mich nicht so, so nach, nach, nach Rettung gefühlt und so. Sanft ins Ohr pusten. Los, flüstern, mach schweinische Sachen ins Ohr. Genauso Aber das hier ist auch wieder so ein schönes Beispiel Wie soll man das hier zu zweit gleichzeitig schaffen Ich meine klar, man kann den einen halt Rückepack nehmen, aber das ist dann halt für diese Komplette Welt total langweilig Da sitzt der eine, ja die andere Die ganze Zeit nur auf den Schultern von Donkey Und hat so null Möglichkeit irgendwie einzugreifen Klar, wenn man schüttelt, dann kann er Ein paar Erdnüsse schießen, aber das Ist ja auch so Nicht Sinn und Sache eines Multiplayers Und so Ne So Trau ich der Banane? Ja Immer verarscht mich Nintendo nicht Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt Also von mir Damals als ich noch ein kleines unschuldiges Kind war Und Super Mario Land Na Und auf den ganz eigenen Gameboy Auskam Haben wir das gespielt Und ich wurde so oft bei dem Game verarscht Mir wurde so oft gesagt Wenn du da runter springst Dann gibt's ein Extra Leben Ja Und jetzt rate mal was ich gemacht hab Ganz genau Und da wartete kein Extra Leben auf mich So Okay, das hätten wir auch Ich höre jetzt mal meinen Affenkollegen wieder Fühle mich ein bisschen wohler Okay Die verschwindet nicht ganz im Boden Das ist gut Oh ey Warum müsst ihr eigentlich diesen dämlich komplizierten Weg nehmen Anstelle da einfach gemütlich am Boden unten lang zu laufen Oh nein Oh nein Ich seh's jetzt schon kommen Obwohl das ging und war spaßig und war lustig Was ist das Cool Ha, ich wusste es Schweinebacke Und so Sieht man wie man das Level Halbwegs spielt So, wie viel Zeit hab ich noch No Gnapp 16 Minuten Fass den Schluck auf Okay, versuchen wir den noch Fetzige Fassschleuen Na, wenn das mal nicht fetzig klingt, ne Dann weiß ich ja auch nicht, was das ist Aber ist auf jeden Fall eine fetzige Fassschleuder Fetzig Okay Awesome Aber was ist das? Das hilft auch nicht zu So ein Tiki-Dings-Sing Ach, so ist das eine Spinne Voll nicht erkannt Oh, wow Piu Was passiert, wenn ich hier unten kloppe? Nix? Nein? Okay, nada Hey Bruder, was geht? Buenos Dias Sprich mit mir Okay, sprech mit dir Verkackelt gerade Ich hab den anderen erzählt, dass ich dich in die Hölle geschickt habe Weil du voll verkackt hast und so Tja, da siehst du mal, dass die Hölle mich auch nicht haben wollte Spielst du auch Sazu-Scheiße? Ja Oh Gott Satan sagt selbst Hitler ist ein Besserer Hitler kann kein Donkey Kong spielen Ja Obwohl Donkey auch braun ist Piem Leaders Ja, das war eben für Leider ties Ah, ja genau Was war die elfer? Die elfer Lieder Ja, ist okay Wo wu, what the fuck Was soll das denn? Komm So, ich glaube, ich mach mal einen Cut, bevor mir die Zeit ausgeht und wir sehen uns gleich Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Von Wurzern Vertraue Ourtm Untertitelung des ZDF, 2020